Die Bad Samotage Wings Herzlich Willkommen von uns aus Die Bad Samotage Wings aus Essen. Geldern im Rockpalast Fieber heute. Wir freuen uns auf einen tollen Abend heute im Zeigen des Rockpalast. Viel gute Musik, viele tolle Storys. Das ist ein würdiger Auftrag in unser neue Jahr mit Peter. Schön, dass es hier bei diesem besonderen Ambiente bei euch in Geldern geklappt hat. Die Bad Samotage 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 Wie fällt das bis hier? Wie können auch das spielen? Ist okay, oder? Weil zur Stimme ist Ich begrüße Ihnen einen großen Applaus, Mr. Rottpalast, Peter Büchel. Ich war 1974 zum WDR gekommen und mit dem Auftrag, ein Jugendprogramm aufzubauen. Und dazu sollten wir natürlich auch eine Musiksendung gehören. Wir wollten heute mal herausfinden, was unsere Jugendlichen, was unsere Kinder so mögen. Oma war auch dabei. Oma war auch dabei! Das ist das Schöne, das ist das Schöne. Wir haben die Fokus von Ashton Rutscheidt, Mr. Manny Coder, Batsy Korn. Ich jedenfalls bin am Ende meiner heutigen Erzählung angewandt.